Ekelig So So warte Richtig eklig So Ok, ich wär dann soweit Ja, ich wär auch soweit Hast du, Fackeln hab ich 83 Äh, 83, 53 Ok, ich wär dann soweit Ja Ok Ja, reicht Komm, wir gehen mal echt schlafen Ja Gute Nacht Deine Mutter ist ein Fail Komm, ich schub's dich an Guts Hui Nimm was Pferd mit Nimm was Pferd mit, oder? Hui So Lol Klar, Höhlen-Tour Oh Na, wenn nicht wohl ein bisschen Das war ein Witz, Alter Wir brauchen doch kein Pferd Ja, warte, komm mit Da hinten war doch schon so eine Art Hey, das war schon ein Pferd, Junge Mine, oder? Das war ein Witz, Alter Ok, wir gehen mal hin Kritsch Ja, Alter Äh, ich find sie nicht mehr Irgendwo hier war ein Loch, muss mal gucken Guts Ah, da ist Alter, warum die spawnen denn nicht? Das ist ein Zeichen, Sammy Ich geb ihm jetzt ne Flasche hier Das bringt ihm doch nichts Ich geb ihm jetzt ne Flasche hier So Die hat er schon ewig So, hat er Tür in der Hand Ja, klar Das ist barbohaft Alter, hier stehen ja voll viel Melonen Soll mir die Schlucht gehen, oder was? Ja Echt jetzt? Danke Ach, das sind die Melonen da? Das war echt in die Schlucht Da waren wir doch schon, Junge Hä? Wir haben da nichts erkundet Äh Soll wir echt in die Schlucht Da waren wir doch schon, Junge Lass uns doch irgendwo anders reingehen Zu spät Natürlich Wir waren voll lange in der Linie drin Schon geil Lass uns doch irgendwo anders reingehen Hahaha Ich bin ernst jetzt Ach, Junge Warte, ich schaff das nicht Ja Skill Das ist ein purer Skill Ach, Junge Da war der Skiller Ach, ne Waren wir nicht auf der anderen Seite? Oh, das war ein bisschen Lava Nein, ist es nicht Junge, ich komme jetzt raus So Zum Dungeon Wo wir noch nicht waren Ups Wie ist denn du lang, Junge? So, ich bin drin Nein, 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 nein Hahaha Wurz habe ich eine Schaufel Echt? Ich nicht Da ist Eisen Ernsthaft? Ja, weiß ich Ich finde es Da ist Eisen Da ist Eisen Weißt? Ja, weiß ich Da ist das Eisen? Ich finde es Und du hast nichts, einfach nichts drauf Ja? Jetzt komm hoch Ich habe dir sogar eine Treppe gemacht Mach mal ein paar Oh, Kohle, 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 Kohle Mach mal ein paar Fackeln, ey Die Kohle hier siehst du nett, wa? Ich habe mir jetzt Die Kohle hier siehst du nett, wa? Die habe ich gesehen, aber ich wollte mir zuerst die schnappen Natürlich Ja, ja klar Ich lege doch nicht Ach so, okay Ja, ist klar Logisch Ja, ist echt Ja, ist logisch Ja, Alter Ne, du lügst nett Boah, jetzt so eine Diamantspitzacke mit Glück Ja Würgen wir ein bisschen Kohle Ein bisschen kriegen Nimm doch das Eisen Ne, ist doch irgendwie scheiße Tut mir leid, dass ich da nicht sofort dran gedacht hab Das doch Eisen, Junge Nimm doch das Eisen Ja Pass auf Alter Na Alter Alter Ich geb dir nichts, was da drin war, ne? Ich geb dir gar nichts Was weiß ich Was war das drin? Mach ich mir nen Schwerz? Diamanten? Oder ne Diachere Okay, was war da drin? Diachere, auf jeden Fall gibt's das Diamanten? Zeig mal Brot und Kohle Diachere, auf jeden Fall gibt's das Wetten Wirklich Ne, sag mal ehrlich, zeig mal War ne Diamanten drin? Auf jeden Fall Auf jeden Fall Ja, ja Alter, Alter Samy, Samy, Samy weg Alter Ne, was denn? Ne, ich bau mich da runter Guck ihn ja auf, ja Ich wollte eigentlich durch, ne? Das sah eigentlich vielversprechend aus Egal, ich geh, ja geh ich auch Was denn? Ja, geh doch doch durch Ja, geh ich auch Aber die Kohle lass dich liegen Die auf dem Weg war Da Oh, da hab ich mich voll erschreckt Jetzt meine Güte Alter, ich bau doch ab hier Alter Du bist ein behindert, ey Weißt du, wie der Bist du behindert, ey? Bist du behindert, ey? Boah, Junge Nice Nice Troll Nice Troll Ich hab extra mir Kartoffeln gemacht, ne? Boah Boah, Junge Nice Nice Ja, bügelgeil Ja, bügelgeil Meinen Sollte ich mal Trick zeigen? Was haben wir ein paar mehr Fackeln, Junge Okay Renn 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 doch mal da hinten hin Ja Oh, nicht da Renn Oh, ich will den Zuschauer was Lustiges zeigen Bitte, Samy Ne Oh, Spaß dir Bleib doch hier oben Was Lustiges zeigen Und die Kohle übersieht da natürlich, ne? Ich will erstmal alles ausleuchten Ich will erstmal alles ausleuchten Ich will erstmal alles ausleuchten Na 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 na, ausleuchten Alter, Samy, komm hier hoch Weil's hier fast gar nicht viel sprechend aussah Nee, ist so nett Wieso? Ja, okay Dann Verlieren wir uns halt und sterben einzeln Okay Ich lass die ganze Kohle hier abbauen Ich bin Level 11 Okay Das war nice Ich bin schon Level 15 Igitt Dazu brauchen wir Dias Brauchen einen Verzauberungstisch Nein Ja und Bücher Das ist glaub ich wichtiger Das find ich so krass Nein Nein Wir brauchen ja nur ein bisschen Leder Kaum eigentlich Ja Ich find das so scheiße Weil ich mein, guck mal Nicht jedes Buch aus Leder Das geht auch in Relife nicht Aber dann kann man nicht ein Buch aus Papier machen Das ist einfach weiss, wenn du das probieren willst Dann steht da Geht nicht Ja, es geht Es geht, er wandert, ne? Black screen? Ja, ich bin oben geblieben Genau Wo bist denn du jetzt? Nein, du bist da runtergesprungen Wo bist denn du jetzt? Ja, da war ich grad auch Ja, da war ich grad auch Folgt doch einfach den Fackeln Grad eben Na, 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 na Ich höre ein, äh, ein Zombie Ja, das wünsch ich mir aber auch immer Das wünsch ich mir in echt Boah, ist ja so geil, wenn jetzt ein Creeper von hinten kommt, der mich tötet Das ist eigentlich das schönste Erlebnis von den Menschen Echt? Ich auch, ja Ja Das ist eigentlich das schönste Erlebnis von den Menschen Das mit Glück Oh, zwei Kohleatern auf einmal, das ist natürlich toll Ist überhaupt nicht vier Ne, ich glaub zwei Was? Na, hat man bestimmt Übern Stack Laba kein Steiß Laba kein Steiß Ja Spasti Laba kein Steiß, Junge Spasti So, ich hab jetzt schon Zwei Stacks Kohle Wie bist denn du jetzt? Du bist auf jeden Fall toll Ja, toll, Volk Die fucking gute Anweisung, Nils Du bist auf jeden Fall toll Ja, Mann, ich komm zurück Lol Jetzt sag doch mal Ja, Mann Ich komm zurück Okay, ich seh dich Ja, komm doch mal her Ich seh dich in meiner Minimap Jetzt gehst du, ja, jetzt hoch, jetzt hoch Okay Alter, jetzt komm her Du bist oben, wa? Da ist ein Zombie, da ist ein Zombie Jetzt komm her, oder lass, tschüss Na, 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 na Ne, ich bin nicht, Alter Lol Wie def? Mann Warte, ich bin Ne, du bist doch nicht Jetzt auf der Höhe Bist du oben oder unten? Genau, da lang Nein, 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 nein Nicht sneaken Äh, lauf mal Hier, ne? Achso Bau dich einfach ein bisschen rechts von dir Ja, ich muss hier einen Gang Graben Bau dich ein bisschen weiter rechts, dann kommst du auf den Gang Ja, ich seh doch deinen Namen, Junge Nein, nein, ich bin hier grad am Kohle abbauen, mein Freund Hier ist so viel Kohle, Junge Und das überstehst du alles, wa? Fein Freund Wie viel Versprecher ist, sag mal Ich bin hier grad am Kohle abbauen, mein Freund Wir sind halt Equaduct Ist echt übel, ne? Ist halt, äh, Sommerferien, wa? Equaduct, genau Na, ich mein, ich hab ja auch so kein Herz Stimmt auch Ne Ja, stimmt auch, wieder Ach scheiße, semi-Diamanten Echt jetzt? Boah, wo kommst du, kommst du endlich mal? Echt jetzt? Das wäre cool gewesen Folge den Fakern, der ist aber viel hingelegt Ich bin ein Dill 20, Junge Ich bin ein Spawner Folge den Fakern